Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HiOnLive. Was der Hecht? Ah, ist der Boss. Der schaut immer fanzig aus. Vielleicht vergisst du, dass wenn du mich aufhörst, ich werde dich töten. Es ist wirklich leicht, mehr Schläge zu finden. Lass uns deinen Job finden, und mir mehr Virgos. Krubus, raus. Hey, er hat einen Gatleon. Wir müssen ihn retten. Nice, der neue Gatleon habe ich gar nicht gesehen. Ach, da sind wir runtergesprungen. Das ist eher wieder zum raufkommen, aber ich glaube wir wollen zur Zeit nicht raufkommen. Okay. Glaube ich halt. Keine Ahnung, was da drüben abgeht. Da bringt das irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Was? Was? Was da rauf? Da sind wir ja her. Oh nein, das war's gar nicht. Da ist ein Kiste. Das hätte man nicht so kompliziert machen müssen. Wird er unten hin? Okay, jetzt jumpen wir aber nicht so perfekt. Nice. Nice... Höhenangst darf man da nicht haben bei uns dann... Starten... Oh mein... Jetzt wardet der so drüber... Ich glaube, wir sind basic schon rüber... Ja, jetzt wardet der so rüber, dass man jetzt jumpen kann, ja? Man muss am besten so von der Seite werden... Nice... Redet der schon wieder mit uns? Sicher... Aber hab der irgendwie schon alles leer gekauft... So ein paar Starn oder Kokosnüsse, was er da hat... Und ein paar... Grüne Gummibälle... Why not? Können wir nicht da oben rein? Doch... Oh mein Gott, ich bin übrigens aktiviert... Ist offen... Nice... Das hat mich gerade irgendwie an Spy Fox erinnert... Wer auch immer dieses uralte Konfliktspiel kennt... Weil da hat man immer so Sachen... Und Rätsel lösen müssen... Und ich glaube, irgendwann mach ich so eine... Nostalgie-Reihe... Und da wär auf jeden Fall Spy Fox spielen... Es gibt witzigerweise mehrere Teile... Sogar auf Steam hab ich gesehen... Aber ich hab nur den... In Anführungszeichen originalt... Oder... Was's up fuckers... It's me... Krubus again... Someone filled out the wrong shipping destination... On an entire stack... Of 4 in 40 queues... You fucked up my whole day... When you did that... Just come forward... And tell me whose fault it was... I wish I could promise you... I won't kill you... But I'm definitely gonna kill you... Okay... So close to the ground... I'm here... I'm going to kill you... I'm not gonna kill you... I'm at home... I'm not allowed to kill you... I'm not allowed to kill you... I'm just gonna kill you... No... I'm not allowed to kill you... Ich glaube. So, irgendwie und dann da rüber und dann, I don't know. So, ich glaube jetzt haben wir da schon ziemlich viel erwischt. Ich glaube nicht, dass wir da rüberjumpen können mit der Dorn-Friege da oben. AK-Wespe. Oh no. Warum ist das nicht gegangen? Das geht aber ziemlich sicher so, dass ich das doch abschieße, oder? Ja. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Schalter, Mülldonne. Happy Mülldonne. Ich hätte gesagt, ich brauche auch mehr Happy Mülldonne, nicht mehr Leute. Am besten, was jedes Mal so einen Sound macht, wenn sie so etwas reinschmeißt. Ist ein bisschen umständlich wahrscheinlich. Die Leute würden es wahrscheinlich hinmachen, aber... Ich habe einfach keinen Mülldonne, den man nicht wegschmeißen darf. Ist wahrscheinlich schwierig bei elektrischen Geräten, aber so wie bei Essen und Lebensmitteln. Aber ja, ein langes Thema, ein schwieriges Thema. Ich freue mich auf ihn. Der hat sicher einen Tipp. Entschuldigung? Ich muss gehen. Wir sprechen später. Bye, Merle. Merle. Die Ender-Merle. Ich bin so sorry, ich habe dich nicht gesehen. Ach du Schweine. Ich muss nur wissen, bist du der neue Hörer oder der neue Boss? Spielst du Minecraft? Ich bin der neue Zugang. Ich bin der neue Boss. Ja, das ist das Gleiche. Du musst immer irgendwo zur Administrator-Service hingehen und sagen, hey, ich bin der neue Boss. Ich bin der neue Boss. Ich bin der neue Boss. Lass mich in. Ich bin bereit, die Leute rundherum zu bossen. Wow. Impressiv. Ich bin bereits inspiriert. Gehe an durch diese Hörer und du... Die neue Leute brauchen wirklich etwas starkes Liederschaft. Und hier? Man, leider muss kommen, das ist ja witzig, oder? Oh mein Gott. Habe ich gesagt, und dann sitzen die alle da. Nee, ja, das müssen wir ausprobieren, ne? Du willst uns zu küsse? Ja, auf den küsse. Mit Tung. Ich kann das eigentlich nicht machen, weil ich... Ich bin... Ich bin... Ah, das ist ein Schade. Ich dachte immer, du warst wirklich heiß. Ja, ich auch. Oh mein Gott, wow. Du... Du meinst das? Natürlich. Schau dich an. Hast du dich noch gesehen, in deinem Kopf? Das ist weh. Das geht da in Richtung... Ich meine, ihr habt da aufgeklickt, aber... Ich agree. Ich habe eine sehr perfekte Ass. Jetzt, äh... Komm, komm hier. Oh mein Gott, muss ich jetzt... Alright, das ist genug. Wirklich heiße Sachen, aber genug. Jetzt, was ist nächstes? Ich... 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 einfach sprachlos. Everyone, fight each other! Do we have to? Yes. Uh... Fine. Yo! 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 Er schreit einfach! Er schreit einfach! Hehehehe! 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 Ahhhh... Die haben so richtig... so einen dumpfen, klobigen Sound gemacht, wenn sie sich schlauen, wenn sie sich schlauen, wenn sie sich zu mir gezogen. Feuert euch gegenseit! Bringt euch gegenseit um! Also, holy sch... Das... Das Traumig war das Kliken, oder? Oh, was? Ich brauche diesen Job! Too bad! Du bist gefeiert! Packt eure Scheiße und raus! Du... Du bist gefeiert, auch. Don't let the door hit you on the way out! Warte! Leute! Du musst uns nicht gefeiert! Wir müssen nicht alles tun, was sie sagt! Ja! Wir tun! Wenn wir das nicht tun, wird sie uns gefeiert! Oh! Du bist gefeiert! Packt eure Scheiße und raus! Alright! Sick! Das war Spaß! Jetzt schauen wir, ob wir wissen können, wo Krubus ist! Auf die, die deinen Job abgesehen... Ah... Ungernschaft kriegt... Aber ja... Was soll ich sagen? Sie werden entweder gefeiert, wenn sie... Oder... Oh mein Gott! Die machen da heavy stuff! Das ist ja das... Sie folgen, oder? Sie werden gefeiert, wenn sie folgen... Ja... Das ist... Ah... Ah... Da haben wir den richtigen... Feiert... Sag's ja nur... 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 Das ist Garmantius! Ich habe das Gefühl, 4 oder 5. Even if it doesn't matter, or I'll smoke you myself. Here we go, fucking bingo! This idiot left the paper trail. Warp day the 12th. That's the day? We fucking got him! Okay, so what? We just need the blank warp disk now? Easy peasy! So we just have to get rid of them again. I guess we can just embark on it. I guess we can just embark on it. But that's how it's worth it. Lure! A long reaction. Bugger! Papa is outpost. This is more. Yay! Oh mein Gott, fast runtergesprungen. Gym, 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 gym. Yay! Yeah, yeah. No problem. I can slow down everything you get. Gegenstand. Müllsack Babys. Muscle Maddy. Manchmal sieht man einen Typ mit Muskeln und denkt, wow, der ist stark. Manchmal denkt man, okay, weißt du was, das sind zu viele Muskeln. Du musst runterkommen und aufhören, mehr Muskeln aufzubauen. Du siehst verrückt aus. Oh ja. Ich glaub, der kriegt schon Muskeln auf den Muskeln. Es ist einfach für mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice. Da komm mal runter. Yay. Aber auch noch kratzer noch irgendwie. Und das schwimmen wir rüber wahrscheinlich. Machen sie einfach. Wir nutzen das. Um in den Tod zu schwingen. Ui. Oh mein Gott. Close. Da runterjumpen. Ja. Wahrscheinlich. Hey, du hättest aber raussteigen können. Ja, das brauchen wir jetzt aber nicht. In diese tolle Richtung. Und nochmal. Yay. Nice. Da müssen wir her, ne? Da schäf'n dich. Hoffentlich kriegst du gut Zeit, oder? Ja. Ich dachte, es wäre so satisfying zu versuchen, manuelles Arbeit zu versuchen. Aber, äh. Es ist so, dass es nicht so satisfying ist, wenn du ein Schlapp bist. Tja. Angeblich ist da irgendwo eine Kiste schon wieder. Das ist aber gefüllt jede... 5 Sekunden mittlerweile. Sander war für die Kisten. Ich bin mir jetzt mal raus. Wow. Crazy. Ah, Volleyball. Ähm. Warte, warte, warte. Nevermind. Sie haben einen Volleyball. Sie sind cool Volleyball-Fans wie uns. Du kannst... Beschwörungs-Bodal-Mod. Diese Raum-Zeit-Verstörungen, laut S.Weezy, einem Podal-Einsritten, das nach Kurzaufzügen voraufgelagene Starre abfeuert. Cool. Ich dachte, du warst ein verdammter Idiot, wenn du das gekauft hast. Kann ich da irgendwie den... Den... Volleyball droppen? Und... Haut's so easy. Jetzt stehst du schon den Mod? Oh, okay. Jetzt hat es den Mod. Volleyball... Kann ich nicht wirklich... Was machen wir damit? Da liegt ja nur ein Volleyball. Soll ich aber Schihaus noch anfangen oder kann man da irgendwie Volleyball spielen? Das ist jetzt die Frage. Ich schaue jetzt auf jeden Fall weiter direkt. Ja, du warst nix. Du warst nix. Und schieß mir mal drauf, oder? Yo! Was bringt uns das, wenn der... Verzögert schießt? Da ist doch alles jetzt so... Ja, auch da im Basis. Tja, ne, 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 wirklich. Wollen wir mal spuren können. Ja, nice and loose. Hey, yo! Wo ist der Knopf? Hä? Geschrei? What? Ah! Hallo, hallo! Anyone? Hilfe! Wir... Wir haben einen unserer Käptein aber, ähm... Wir wissen nicht, was jetzt zu tun. Hey, hörst du! Wir sind hier, um zu helfen. Aber, w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! che-ee... Oh, w-w-w-w-w-w-w-w-w. Freunde, wir lieben die G3-2! Oh, wunderbar! Danke, Gott! Also, auf der Liste, wo er eine Leer war abschaffigend hat. Hör, wir suchen einen blanken Warp-Disk. Hast du keine Ideen? Ah, ja, unser Prinz hat eine Stache von ihnen. Wirklich? Alles, was du tun musst, ist, die Warp-Base, die die G3 hat in unserer Heilung. Dann wird du die Heiligen Gebäude und den Schutzprinz entschieden. Und dann wird er uns einen blanken Disk geben? Ja, oh ja, wir können uns helfen! Oh, was eine verrückte Überlegung. Okay. Alles klar. So. Dann, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Servus!